SPORTFIGHT – Wir leben Wrestling Kofi Kingston lobt Brock Lesnar Während eines Interviews mit Alex McCarthy von TalkSport lobte Kofi Kingston die Zusammenarbeit mit Brock Lesnar. Laut Kingston habe Lesnar einen großen Einfluss auf die Storylines rund um seine Matches. So soll unter anderem der Moment im diesjährigen Royal Rumble Match, bei dem Lesnar mit Kofi Kingston, Big E und Rey Mysterio gleich mehreren seiner letzten Fädengegnern gegenüberstand, die Idee Lesners gewesen sein. Kingston betonte dabei, dass Lesnar ein sehr gutes Verständnis für das Wrestling-Business habe und er die Arbeit Lesners schätze. Gründe für Abwesenheit von Sami Zayn bekannt Laut Wrestling Observer geht das Fehlen von Sami Zayn in den letzten Wochen auf die Entscheidung Zayns zurück. Der amtierende Intercontinental Champion nehme die Optionen gebraucht, nach der jeder WWE-Star selbst entscheiden darf, ob er zu den Aufzeichnungen anreist oder nicht. Zayn will sich und andere allem Anschein nach schützen. Wie lange er im WWE-TV fehlen wird, ist unklar. WWE wehrt sich gegen Trademark-Anträge Die WWE will gegen mehrere Trademark-Anträge von Cody Rhodes sowie dem Tag Team The Revolt, ehemals The Revival, vorgehen. Dabei soll es konkret um die Rechte an den Begriffen No Flips, Just Fists, Say Yeah, FGRKO, The Match Beyond sowie Slambury gehen. Weiterer WWE-Star entlassen WWE gab die Entlassung von Curtis Axel bekannt. Der Sohn des WWE Hall of Famers Kurt Henning stand seit 2007 unter Vertrag. Jeff Hardy spricht über Entzug Während Corey Graves' After the Bell Podcast sprach Jeff Hardy über seinen aktuellen Kampf mit dem Alkoholismus. So habe sich Hardy einen Tag nach seiner letzten Festnahme im Oktober 2019 an die WWE gewandt und um Hilfe gebeten. Den aktuellen Entzug sehe er als letzte Chance, um die finalen Jahre seiner Karriere zu retten. WWE streicht Roman Reigns aus Promo-Videos Roman Reigns wurde aus dem aktuellen Promo-Video rund um die Zusammenarbeit der WWE mit der Make-A-Wish-Foundation gestrichen. Dies sei laut Dave Melzer ein weiteres Anzeichen dafür, dass Reigns aktuell mit einigem Backstage-Sheet zu kämpfen habe. In der Vergangenheit war Reigns das Aushängeschild dieser Zusammenarbeit. Alle wichtigen Entwicklungen und Ergebnisse in der Diskussion, das gibt's bei uns auf dem Spotfight-Podcast-Kanal. Reviews und Wrestling-Talks zu Raw, SmackDown, All Elite Wrestling und vieles mehr. Klickt gern mal rüber. 乐. Und Dr Lima. Wer dasgar. Vielen Dank.